Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt. Heute nicht vor der Kamera, aber hinterm Mikrofon, euer Reni. Und den Grund erkläre ich euch im Laufe dieser heutigen Fahrt hier. Heute ist Samstag, heute spielen wir hier einen großen Brummer hier, mit ein bisschen mehr als vier Rädern unterm Hintern. Heute sind wir hier in Omsi 2. Ja und warum habe ich heute hier keine Kamera parat? Ich möchte es euch ganz kurz erklären, während ich hier mal schon einheizen gehe. Wenn ich jetzt hier die richtigen Einstellungen bringe. Ja, aber warum habe ich heute hier kein Ding hier mit? Ja, weil Omsi 2 ist mir bereits zweimal abgestürzt. Das ist die Linie 30, während ich hier aufgenommen hatte. Und das wollte ich dann auch nicht. Linie, äh, Routennummer Null, nö, Routennummer Null, nö. Die muss man schon mal hier schildern. Nein, das war falsch. So, Linie 30, mit der Route 04. Nämlich von Königsgarten Bahnhof zum Bahnhof Ost hier. Und hier ist auf der Linie Lemental, also auf der Karte Lemental, V3 updated. Unten habe ich mal Licht angemacht, Straßenbrauch ist eigentlich noch nicht. Geschildert habe ich auch. Und wir haben noch hier knapp sieben Minuten Zeit für unsere Abfahrt. Schauen wir uns mal kurz den Bus hier an. Ja, äh, Hochbräu, ne? Lemental Hochbräu Werbung. Was war das, ne? Ne, Stuttgarter Hochbräu Werbung ist das, ne? Von dem Regionalverkehr Lemental. Ja, Lemental eine, ja, fiktive Stadt. Fiktives Stadtgebiet mit ländlichem Umland. Ich montiere mir ja hier gerade mal den, äh, das Lenkrad hier nun. So, Fahrtbetrieb ist eingestellt, äh, die Hand-, äh, Feststellbremse ist gelöst. Ja, bevor hier die Leute da herkommen, hier fahren wir mal da ran, oder? An die... An das Schicknirchen hier. Welches uns, äh, natürlich, passenderweise Halt zeigt. Und, äh, da hinten kommt so ein, äh, Bisch, Dankeschön. Ja, dann muss ich ja da fahren, Entschuldigung. Der hat mich, äh, hier hinten gerammt. Leute, das gibt's ja nicht. Das funktioniert jetzt ja nicht. Ja, Blinker ist immer auch. Leute, das gibt's ja nicht. Da brauche ich noch mehr, äh, die Werkstatt auch. Die kostet mich wieder zehn Minuten. Reparatur wahrscheinlich auch wieder acht. Das gibt's ja nicht. Da fahr ich mit Verspätung los hier. Und du hupst mir da nicht rum. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Wieso, ich melde mir die hintere, äh, 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 die Tür nicht auf? Hallöchen. Ja, gut. So. Schauen wir mal hier, äh, hier, was da passiert ist, ne? Ja, Dankeschön. Ja, fehler bei Bewerksprüfung. Ohm Sie. Sag mir nicht, dass du abstürzt. Danke. 13 Minuten Verspätung. Dankeschön. Ähm. Jetzt ist er mir dann, das ist mir dann wurscht. In jedem Fall ist mir auch wurscht. Ich wage. Soll mir halt dann die Polizei hier, äh, äh, hin. Nächste Haltestelle, Lemental Königsrat, Rathaus. Soll mir die Polizei halt hier, äh, Strafmandat schicken lassen, ähm, das ist mir wurscht. Ja, wir haben automatische Ansagen, wir haben eine riesen Verspätung von 13 Minuten, wegen dem bescheuerten Trottel da. So. Kommts rein da. Nein, dann bleibts weg. Wir fahren hier über den Flughafen. Nächste Haltestelle, Lemental Königsrat, Flughafen. Und da kriegen wir grad Grün, da haben wir grad freie Fahrt hier nun. Und das Ganze mit einer 13 Minuten bemühtigen Verspätung. Sehr schön, ne? Wir werden sicherlich hoch auf heute darüber sein, dass wir da heizen müssen. Dabei ist das hier eine kurze Linie nun eigentlich, ne? Ja, das ist der Strafmandat, wo ist die Sentra? Ich möchte nicht zufällig bremsen, bitte. Will jemand einsteigen? Nein, dann weg damit. Und ich hab hier gerade frei bekommen, also dann weg mit der Schose, wenn niemand einsteigen möchte. Oh, was ist das denn jetzt hier? Ja. Dankeschön. Nächste Haltestelle, Lemental Königsrat Flughafen Verwaltung. Möchte hier jemand rennen? Die sind ja viel zu spät angekommen. Ja, ich weiß, ich hatte Unfall, ne? So, von hinten kommt nix, dann sind wir gleich mal da rüber. Oh, ich bin viel zu spät gekommen, dankeschön. Und wie hier, wann umso mehr jetzt wieder abbricht, ne? Weil dann weiß ich, ich kann diese Map ja nicht spielen, für euch. Dabei finde ich diese Map so klasse. Jawoll. Und wieder einmal rot. Ja, typischerweise, ja, Stadtverkehr nur. Ständig rote Ampeln. Wenn man mal eine grüne Welle hat, ist das schon ein Wunder. Ja, da kommt irgendwo die Rettung daher. Ja, dankeschön. Sehr schön. Aber ich brauche sie nicht, zumindest jetzt nicht mehr. Oh, klar. Nett nur, dass ich hier schon 14 Minuten Verspätung habe. Nein, ich habe hier auch eine rote Ampel wieder. Ach, ist ja überflüssig. Ich bin ja nur ein Bus, der einen Unfall hatte und 14 Minuten Verspätung hat, ne? Ach, finde ich das lollig und super toll, ne? So, geht mir da hinten jemand auch auf? Ist ja viel zu spät. Hallo. Es ist kalt draußen. Ja, es ist kalt draußen, ne? Letztlich wäre mal angezogen, ne? Eine Tageskarte, bitte. Ach, eine Tageskarte willst du haben? Bist du sicher, dass du eine haben willst? Ich meine, ich habe die Kasse noch nicht mal vorbereitet, ne? Was ist denn das für ein Gesicht? Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Ne, wirklich? Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Ne, das ist die Kutzstrecke. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Das ist die Tageskarte. Schauen wir mal auf. Die Belasteteil, nein? Äh, fehlt da nicht noch Rückgeld? Also, Fräulein, werden Sie jetzt nur nicht frisch. Dankeschön. Ja, dann nehmen wir mal dein Geld hier. Die Kasse machen wir wieder zu. Oh, und da habe ich mich einmal automatisch drin, oder was? Ja, mittlerweile 15 Minuten Verspätung. Braucht man überhaupt nicht, ne? Das ist ja alles nur überdringen hier, ne? Wer sitzt denn auf Pünktlichkeit hier? Nicht mit mir, ne? Ah, dankeschön, am Blumenweg. Gibt es ja auch Blumen am Weg. Entschuldigung für diesen Witz, für diesen Namen. Ja, Mann. Du, eure Linkrad-Wacke nicht so. Du musst doch nicht kalt halten. Da draußen ist kälter. Kann ich da auch so aufmachen? Ja, da will schon wieder keiner einsteigen, oder was? Ah, doch, da hinten. Also, irgendein im Grunde ist mir die... Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Leute. Da nimmt er. Wie will er es mir gehen? 10 Euro, 2.60 Euro kostet. Ich habe zu wenig Rückgeld erhalten. Ja. Dann wirst du warten. Ich habe zu wenig Rückgeld erhalten. Ja. Wirst du warten? Ich habe zu wenig Rückgeld erhalten. Nein. Auch nicht. Ah. 10 Cent. 10 Cent. Ah. Hallo. 20. 40 auf 3. Danke. So, bitteschön. Dann haben wir das geklärt. Dankeschön. Kann man da jetzt fahren? Ich muss auf Autobahn. Wir wissen. Wir wissen. Ja. Nächste Haltestelle. An der Eichel. An der Eichel. Gut, dass das nicht an der Eichel heißt, ne? Diese Haltestelle. Ich würde jetzt nur sehr ungern die Fahrt unterbrechen. Wegen Aufnahmestopp oder so. Wegen... Ding, ne? Würde ich jetzt nur ungern... mal bitte bei das Weitergehen davon? Was hat denn das für eine Hupe? Ich würde aber auch nur ungern herausfinden, wieso mir da die dritte Taste schon wieder mal nicht funktioniert. Wahrscheinlich habe ich hier die Tasten falsch verlegt. Wurscht. So, hier geht's auch mal rauf auf die Autobahn. Und dann hoffe ich mal, dass hier nichts verkehrt läuft. Wurscht. Wurscht. Ja, danke. Ich tue mein Bestes, ne? Dass ich hier scheiße war, ne? Das meine ich. Auf 15 Minuten nähern wir uns schon mal, ne? Aber ja, die Fahrt wird sich schon ausgehen. Dann hätte ich mal eine Folge wenigstens mal hier komplett führen. Auf der Autobahn mit dem KI-Verkehr hier auf dem Omze zu fahren, ist immer so eine komische Sache, ne? Weil der KI-Verkehr ja meistens ein bisschen dudelhaft ist, ne? Die Linie 30, hier geradeaus. Bitte schön, danke schön. Oh, hier ist aber regelrechter Verkehr, hier mit den Rettungsräten, ne? Immental hat mit sich als einer der höchsten Verkehrsunfalls- oder Unfallsraten und Erkanntenraten, ne? Und der gesamten fiktiven Deutschlandwelt oder so, ne? Jo, wo muss ich denn da runter, ne? Ich brauche einen Hilfsbeil, ja, ne? Und ich kann schon wieder mal nicht lenken, ne? Ja, gut, 30 muss ich da rüber. Dann fahren wir mal da rüber. Na, vorsichtig bei der Abfahrt hier, ne? Oder bei der Umleitung, ne? Ne, da fahre ich auf die Nix-Rot-U-Pot. Nur nicht so schnell hier in der Kurve, weil sonst drehen sich die Leute hinter mir gleich wieder auf, ne? Im Mental-Zentrum und da vorne gibt's LKWs und Fahrzeuge. Ups, äh, KI-Fahrzeuge. Schön, schön, schön. Aufpassen hier, ne? Nicht, dass die hier ein bisschen bläm-bläm sind, ne? Oder bläm-bläm werden, ne? Dann muss ich da rüber. Linke Spur für mich. Nochmal linke Spur für mich. Na, dann her damit. Und ihr bleibt, wo ihr seid. Wer, wenn ihr jetzt her... Ja, jetzt geht's von mir ganz, ne? Wer? Ja, rechts blinken dürft ihr aber. Äh, warte noch von rechts, bitte hin. Oh je, da vorne kommen schon die nächsten Fahrzeuge hier in Sicht weiter hin. Und ich darf da rüber. Ach so, er ist da vorne. Ach, wurscht. Ich bin halt jetzt schon rüber. Ach die, bitte. Der bremst mir so stark runter, dass ich da auch runterbremsen muss. Ja, ist das ein Trottelfisch gewesen. Mit den, äh, Worten, äh, aus einem Adriano-Gelantano-Film. Du Armleuchter. Und was hat dir die hübsche Prinzessin gemeint? Äh, was meint ihr damit? Du Armleuchter. Antwort. Ach, nix. Das ist nur eine Begrüßung zwischen Freunden. Habt ihr den Witz verstanden? Ich nicht. Typisch, ne? So, und da ist eine Haltestelle. Da ist an der Eichel. Nicht an der Eichel. Sondern an der Eichel. Hallo. Schauen wir mal, ob da hinten auch jemand mal rein will. Ne? Dann mach mal zu alles, ne? Mach mal dicht hier. Fahr mal weiter, ne? Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Mittelbrech aus Linde. Oh, dankeschön. Dankeschön, lieber Mozart. Weil, ähm, der User-Motor hat ja den Antrag aufgenommen, ne? Da muss ich hier alles manuell steuern. Also pünktlicher geht ja auch. Nö. Ja, meine Damen und Herren, das war's eben für heute. Wie es weitergeht, das erfahrt ihr dann nächste Woche Samstag pünktlich um 17 Uhr hier auf meinem Channel. Und bis dahin bedanke ich mich, äh, fürs Zusehen. Und, ja, und hoffe mal, äh, dass ich das hier, ja, irgendwie mal in den Griff kriege, dass ich mich hier auch in OMSI 2 auf Lemental auch mit der Kamera präsentieren kann, ne? Also dann, Dankeschön fürs Zusehen und tschüss, servus, bye-bye, baba.